so zu sagen also nicht ich schwanger sie sondern sie schwanger sich gegenseitig nur ich hab das Kraut der Liebe so zu sagen Kraut der Liebe hier ist unsere geliebte Tür wer ab da schon geguckt hat der hat schon viel miterlebt aaaah so hier ist doch noch irgendwo ein Feld oder? noch ein Kartauschker Feld nein wir sind voll oder? scheiße aah die Sachen geht dann kaputt cool ach ist mir egal so alles klar und das letzte Feld nochmal her so ja eigentlich wollte ich ja ganz früher wollte ich ja hier einziehen nicht da hinten irgendwo so zerkackstift aber die Dorfbewohner sind mir sowas von auf den Sack gegangen und haben immer die Tür aufgemacht und sind die Zombies nachts gekommen und haben immer randaliert das macht echt nur ein halb aaaah nein lass mich in Ruhe ich hab kein kleingeld so beim nächsten mal schlage ich mich ja ok ähm fußt duft okay das ist auch erledigt dann gucken wir mal ob die Tiere bock haben heute oder ob sie eher nicht so bock haben man weiß es ja nie so so ja den können wir jetzt hier eigentlich abmachen abmachen ist auch gut nein nein ach scheiße komm schon ich hab den Vieh zu hoch gebaut so jetzt müsste es aber klappen oder ja so der Kackstift wohl abgerissen ähm so jetzt essen wir mal unsere gebratenen Kartoffeln und auch giftige wieder welche Kartoffeln Kartoffeln keine einzige giftige respekt so wer hat bock oh 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 so naja macht liebe ich guck auch nicht naja für euch für die Schisten wird das jetzt geil bestimmt so ja ja und das ist so geil also jetzt nicht der Anblick auf die Kühe die ja Dingsen sondern die ganzen Punkte die man hierbei einsammelt na komm so alle gekommen mal diese schlechten Wortspiele ja anscheinend okay dann heute noch eine Schere so und dann machen wir noch ein bisschen schnippig schnapp hier neuer Haarschnitt so ich bin zwar nicht der beste Friseur deswegen sehen die alle scheiße aus aber naja ich bin auch kein ausgebildeter Friseur so ähm du bist noch hier bereit für Supermiet gut gut das wird dunkel ich glaub jetzt schlachten wir uns wieder durch die Mengen weil wir brauchen mehr Punkte oh man das wollte ich nicht aber genau was hier noch für scheiße drin ist wir haben überall überall haben wir unseren Rotz eigentlich kann man mal so sagen und der ist dann halt überall verteilt wir brauchen echt mal wieder ein Lagerhaus ich glaub das steht bald als nächstes an was sind das für ein Mond LOL geiler Mond Respekt sieht aus wie ein Eselsohr von irgend so einem Blatt Papier so wo sind die Gegner ähm da da hinten Sporen sozusagen ich hoffe ich ich reiß jetzt wieder nicht irgendwelche Löcher in die Landschaft Aua das gibt's doch nicht ich ich komm gar nicht mehr gegen die ab komm ja ist doch es geht eigentlich meine Rüstung hat auch schon boah meine Rüstung ist doch sowas von einem Eimer so ich lass die glaub ich immer spawnen und mach mir mal eben schnell eine neue Rüstung da oben ist eine Spinne drauf von mir aus Hä? war ich das? nä das geht gar nicht weil da ein Grasblock ist hat ein Enderman echt hier im Grasblock vor der Hütte gesetzt nö den behalte ich jetzt das ist ein Geschenk vom Enderman so wir brauchen wie cool ist das denn? hatte ich auch noch nie erlebt ich glaub wir brauchen ein bisschen mehr wir brauchen eine neue Brustrüstung eine Hose ähm einen Helm einen netten Helm und Schuhe so alles klar alles klar ja die Brustrüstung können wir theoretisch hier reinlegen komm die legen wir hier einfach rein äh erstmal muss ich so ausziehen ne hat schon wieder ein paar Pfeile in der Fresse so dann ziehen wir den Rest an zack zack äh zack 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 und dann tun wir hier haben wir schon das Deck zurückgetan nein hier gut hi Spini was geht ok irgendwo ein Creeper on the run hm wohl kaum ok komm 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 bärtsch und sonst hat das Ding rückstruck gegen Creeper aber trotzdem brauchen halt die Gegner viel viel länger äh halten die halt oh licht komm ich hab doch Gliederfüße der Dingste wohnen normalerweise müsste das doch ein Hit sein dann wäre das Ding tot das ist schlecht jetzt na ein XP Kügelchen kurz was essen bevor du darfst so ich will dich ja nicht in die Lava schubsen ich brauch ja deine XP so Nummer 2 ah da geht auch wieder die Party ab wo geh die Party ab hier geh die Party ab hier geh die Party ab bam bam und bam bam boah du fliegst aber weit Kollege Bratwurst ja ja komm gut ok hier sind noch ein Zombie was zum Teufel wie soll ich denn damit umgehen hier so kann ich meinen Job nicht machen aber solange sie immer so abwechselnd kommen und nicht zu dritt sind ja doch eigentlich sind sie ja zu dritt aber der hat mich noch nicht getriggert boah ok alles klar ich probiere den wir immer mal gerne mit können wir irgendwann mal irgendwas in die Luft springen zum Beispiel das Hexenhaushaus was ah hab ich doch richtig gehört so dass irgendwas runtergefallen ist so dass irgendwas runtergefallen ist so dass irgendwas runtergefallen ist komm danke so hier noch Punkte so wo ist der Mond ach da oben ist er ist hier unten noch was anscheinend nicht da sind hier die ganzen Gegner ich geh mal in die Wüste ja da in die Wüste da kann man gut kämpfen da kann von mir aus auch was in die Luft fliegen das ist mir da egal war ich da schon oder ist das Lava was ist das was war ich ach das Lava ok what the fuck nicht hoch gehen oh ok 3 Hits brauche ich dafür ich kriege keine Punkte doch Punkte kriege ich immer gerne so hier war doch noch ein Creeper da ist er so da ist auch Geschichte hier sind noch ein paar lustige Gesellen ah nein der Creeper hinter mir wow jetzt wird es aber ein bisschen friert Alter 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 what the fuck jetzt jetzt habe ich aber ein paar viele gelockt jetzt geht es hier aber los Freunde jetzt geht es hier los jetzt geht es hier los jetzt geht es hier los Alter der letzte ah der lebt aber immer noch hier oh wie viele Kühe das gibt es doch nicht das ist ein Enderman das ist ein Enderman der nächste kommt ja du hast mein dnr hast du mir in den erblock ich werde geklaut so lange der Creeper dann nicht mitkommt ist alles ok ich will ja keine Enderpelle jetzt kommt ja hier du griffes auf fresse 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 ihr alle bekommt auf die Fresse das ist richtig scheiß Creeper das ist richtig scheiß Creeper so Level 19 ok jetzt ist jetzt langsam Tag haben wir jetzt die ganze Nacht draußen irgendwelche Viecher dauerung gemacht nicht gut so dann ist noch ein Tintenfisch jetzt noch ein nötter Zombie so die Tintenfische lasse ich jetzt mal Level 20 ok dann erst mal eine Katastrophe so da ist noch eine Spinne ok sonst nur irgendwas hier das ist irgendwie überrascht nö alter fressen die ich schaffe echt so viel so erstmal wieder ein bisschen schneiden oh nein das wollte ich nicht wollte nur schneiden so irgendwann können wir uns irgendwas großes daraus machen aus Wolle ich behalte es einfach mal hinter äh Gedanken und äh ernte mal öfter so jetzt nehm ich mal hier 10 Kühe raus 1 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 so ihr müsst halt alle sterben und so hier ist noch ein bisschen Fleisch so und so ok weil das Gehege wird halt auch irgendwann zu voll überlegt ob ich den mal irgendwann so getrennt mache so na so jetzt könnten wir hier theoretisch erstmal den Schreis hier wieder abladen ähm 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 die können ja erstmal drinnen bleiben dann hier dann hier dann hier dann hier dann hier ähm ja ok aber im Hexenhaus wird auch wohl nix mehr als Wurst sein kommt die Hexe auch irgendwann mal? alter hier die hat schon hier ihren Pilz nicht mehr gegossen wann kommt die mal in ihren Pilz gießen? ja mit Pilz wo auch Wasser? oder Feuchtigkeit oder auch keine Ahnung ja super super Hexe da lässt sich hier nicht blicken ey mein Gott schämt sie sich nicht dafür ach komm den Block bauen wir jetzt hier ab so wir gehen jetzt mal hier unterirdisch theoretisch könnten sich hier alles schwarz machen das sieht voll böse aus und so könnten wir mal machen aber erstmal jumpy wampy hier runter jumpy wampy alter ich bin auch durch heute wie immer eigentlich wenn ich aufnehmen so ähm hier ist ein Ambus dann brauchen wir Diamanten haben wir doch bestimmt hier oder? nehmen wir mal zwei mit so so gucken wir mal hier plus hier Level 21 das wird ja immer teurer Leute immer teurer wird das ach ich muss nur ein scheiß Level werden ähm gibt es irgendwo Monster oder sowas Monster 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 oder noch Kohle oder so die ich abbauen kann darf ah Monster so gleich bin ich soweit schön in die Lava springen Alter das geht hier aber auch tief runter ohja hier war ich anscheinend schon aha what the fuck er verfolgt mich der Grasblock hä da ist noch ein Creeper ich hab dich schon von Weitem gesehen lass dich aber lieber gehen bevor ich noch in die Lava falle nein lass mein Schwert lass mein Schwert lass mein Schwert da oh bin so ein Vollidiot Christian das wussten wir aber schon dass du ein Vollidiot bist so alter ok hier gehts runter ich will doch nur Level 21 20 20